ARD Text im Auftrag von Funk So, herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Far Cry Und wir befinden uns jetzt hier in einem Shangri-La Tempel Und zwar der letzte, den habe ich leider besprungen, weil ich vergessen habe, Videoaufnahmen zu machen Scheiss egal, aber jetzt wenigstens der letzte Weil da gibt es sicher noch ein spannendes Ende Und da möchte ich euch natürlich mit vorenthalten und darum gehen wir hier direkt ins Shangri-La Ah, schalalala Ah, weisst du noch? Ah, der Vogel! Ja, hoffentlich können wir gegen den riesigen Vogel fighten Wo in den letzten paar Shangri-La Folgen gekommen ist Und ja, genau in der letzten Folge können wir auf einem speziellen Elefanten reiten In dieser Shangri-La Welt Meine Shangri-La geatit oder pavishegavazenmessuskir Ich achi tritt pavisheg Habitak Du hast es gesehen Was ist das? Oh, war das? Oh, war das gekommen? Wollt denn? Oh, war das? Oh, war das? Oh, war es? Oh, war es? Oh, war es? Nimm das mal! Oooooooooooooooohhhh Nooo no 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 Das ist hier! Voll zette Rutschgügeleit Oh, schön super! Hahaha, volle Fresse Uiah! Oh! Ah! Ah! Ah, ist so ein bisschen. Sind wir? Hör... Ah, du machst ja noch eins... Ah, ha, 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 ha! No, 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 nein, 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 nein. Nein, siehe nicht um gar nichts. Nein, nein! Nieser! Wegnehmen! Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber ... Yes! Und 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 ... Ohhhhh! Voll fest! Aber jetzt hab ich gemessen! Ah nie! Okay, das muss ich nicht machen. Ähm, da ist nicht so. Oh, das muss ich machen. Voll okay. Setze den Tiger ein. Ah, dann können wir erfahren. Oh, jetzt, jetzt. Oh, das ist ja. Nein, Simba. Oh, du. Oh, du. Und dann hast du ihn angepackt. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Okay, dann haben wir noch mal. Oh, ich werde den Kopf da. Oh nein, ich stehe. Ich stehe, ich stehe. Ich stehe. Wow. Okay, da ist neu. Ich stehe jetzt gerade noch Führschissen. Wow, shit. Flamenburg. Lava das benutzt. Flamenburg. Nein, ich weiss jetzt auch. Oh, das drehen wir. Das drehen wir. Oh, shit. Felix. Oh. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, schön. Oh, ja, ich, du. Ich bin gerade schon. Oh, das ist ein Schiff. Oh, nein. Oh, nein. Das ist ein Schiff. Nein, ich bin gerade so weit. Das stimmt. Ich bin jetzt auch noch mal. Ah, Scheisse! Oh, fuck, nein! Nein! Oh, nein! So ein Dreckes Wichser! So ein Wichser! Nein, bitte nicht verzweifelt! Nein, von ganz vorne! Wauw, die Leine macht es so gut, Bane! Oh, 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 oh! Oh, Klo! Was? 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 Oh! Nice! No! Zimba! Da ist er! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! But you can't go! No! Fuck! You suck! Uhhh also ein Possex, wah, sch*** Oh man Gott, aber die dann brauche ich aufhaut, was ist das sch*** Oh, oh shit. Ah, ah, nein. Und dann ist er noch so ein blöder Hand. Hei, weil er ist, bro. Fuck. Lass mich in Ruhe. Hei, weiß ich nicht. Überall. Überall. Komm. Ah. Komm. 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 Oh. Komm. 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 Okay. Okay. Jetzt läuft sie eingelassen. Haha. Scheiss. Robessi. Oh nein. Oh nein. Da sind fertig. Shit. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Es brennt alles. Es brennt alles. Ich bin fertig. Yeeees. Ich war mir. Yes. Haha. Haha. Oh nein. Wow. I will leave Shangri-La, aber das ist das, dass ich nie vergessen habe. Ich habe mich nicht verletzt, dass ich mich nicht verletzt habe. Das ist das, dass ich mich nicht verletzt habe. Shangri-La ist in mir. True paradise Shangri-La. Wow. Cool. Ähm, scheisse. Nicht mal eine Spezialbenordnung, aber geizig. Okay, also das wäre das Video gewesen für die Episode. Und jetzt, wenn wir sie, äh, da müssen wir die Story wiederzuwenden. Dort fehlt auch noch viel. Aber so sehen wir dann das nächste Mal. Und bis dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.